Kia feiert auf der Vienna Autoshow 2014 die Österreich-Premiere des neuen Soul. Das Modell erhielt ein peppigeres Design und ist um ein paar Zentimeter gewachsen, was sowohl dem Innenraum als auch dem Gepäckabteil zugute kommt. Das neue Cockpit ist trendig in Szene gesetzt. Mehr Multimedia ist da natürlich Pflicht. Ein 140 PS Benziner und ein 115 MPS Diesel stehen zur Verfügung. Preise ab 16.490 Euro.